Gemüse Mais Rinderbrühe Etwas selbstgemachtes und zwar Wow Lecker lecker Noch eine Konserve Selbstgemachtes Eine Konserve Selbstgemachtes Selbstgemachtes Auch Selbstgemachtes So Ein bisschen Klebeball Nochmal selbstgemachtes Und nochmal selbstgemachtes So liebe Freunde Danke fürs Zusehen Das ist jetzt mein Vorratsschrank Wenn ihr Videos Sehen wollt Zum Thema Haushalt Dann Schreibt das einfach in die Kommentare Stellt ein Like Lasst ein Abo da Ich würde mich Wahnsinnig freuen Und ich hoffe Dass wir uns demnächst Weiterhin auf meinem Kanal Sehen können Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann